so so ich möchte hier noch hier zu ich es gab einen da eine nachricht und die hat mich jetzt hierauf verwiesen mit einer stelle ich habe das jetzt durch gesehen und ich muss ja muss vielleicht noch sagen mir war bewusst dass es dieses buch gibt im evangelium aber ich habe mich nie mit diesem buch hier beschäftigt überhaupt mit diesen aposteln weil ich verstehe nicht so ganz schau ich kann ihn im evangelium ich habe die möglichkeit zu lesen was jesus sagt und ich habe später die möglichkeit zu lesen was die apostel über jesus sagen so und ich gebe dem den vorzug was jesus sagt nicht nicht aus zweifel an den aposteln aber es sind die apostel das ist nicht jesus ich kann bei johannes lesen was er selber sagt so danach richte ich mich selber in meiner interpretation meinem verständnis und darum ich habe mich jetzt nie groß hier mit mit dem beschäftigt was die apostel so berichten und ich lese hier von von paulus ich bin etwas erstaunt weil ja hier steht wunderbar da da und dort aber aber es ist ein ein soll ich das sagen ein ein etwas seltsames verständnis zumindest in anbetracht meines verständnisses ich sehe da eine eine erhebliche diskrepanz weil es nur mal als beispiel moment wir sehen hier hier zum beispiel unter ihm christus dem oberhaupt des ganzen universums soll alles vereint werden das was im himmel und das was auf der erde ist ich sehe es so dass christus die erlösung ist für das was auf der erde ist christus löst von der erde er verbindet nicht den himmel mit der erde dann dann ist paulus übergeht jesus er bei jesus bei paulus sind vater und so nicht ein der gott unseres herrn jesus christus der vater dem alle macht und herrlichkeit gehört ähm es ist so das was dem vater ist das ist des sohnes alles 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 ist jesus in die hände gegeben an ihm entscheidet sich alles das reich des vaters ist das reich des sohnes das reich des vaters ist das reich von jesus christus der sohn und der vater sind eins aber wir sehen schon hier gepriesen sei gott der vater unseres herrn jesus christus so er erfasst christus in seiner funktion als der erlöser aber er erfasst nicht dass sohn und vater eins sind und er ich meine hör dir das an moment hier juden und nicht juden durch christus zu einer einheit gemacht was soll das hier steht moment wo war das hier es beginnt hier 15 er hat das gesetz mit seinen zahlreichen geboten und anordnungen außer kraft gesetzt mit das gesetz ist gemeint all die mosaischen anweisungen aber das stimmt nicht jesus hat es nicht außer kraft gesetzt er hat es erfüllt für all jene die an ihn glauben er ist der erlöser so das gesetz ist nicht außer kraft sondern es ist erfüllt durch jesus das ist ein unterschied und es geht weiter sein ziel war es das sagt paulus juden und nicht juden durch die verbindung mit ihm selbst zu einem neuen menschen zu machen und auf diese weise frieden zu schaffen ist jesus gekommen um den frieden zu schaffen oder ist jesus mit dem schwert gekommen um zu trennen und zwar zu trennen zwischen leben und tod und zu trennen zwischen jenen die an ihn glauben und jenen die nicht an ihn glauben er ist nicht die verbindung er ist die trennung jesus trennt die christen von den juden weil die juden nicht an ihn glauben die christen aber schon wo wo soll da eine verbindung sein so aber er paulus sagt ja dass dass jesus gekommen ist um den frieden zu bringen dass das das ziel sei aber das ziel ist das ziel ist die erlösung aus dieser welt denn es gibt nur einen weg dieser erlösung und das ist der glaube an ihn so er jesus ist gekommen um die wahrheit zu sagen und jene die die wahrheit hören die glauben an diese wahrheit jesus sagt das er sagt es selbst das ist sein ziel das ist seine absicht darum ist er gekommen um uns die wahrheit zu sagen und er sagt auch selbst dass er nicht gekommen ist um den frieden zu bringen im gegenteil und er wird da sehr explizit so ich wollte das nur nur kurz hier kommentieren bezüglich paulus weil ich mich mit diesem paulus nie groß beschäftigt habe hier ich weiß um seine seine rolle ungefähr aber mit seinem hier dieses buch hier ich habe das nie so so gelesen wie jetzt und ich bin ja überrascht überrascht was man hier stellenweise liest ok bis bald ciao